Schauen wir, was so rauskommt. Ich glaube, ich krieg nur Müll. Ich krieg nur Müll. Ich krieg direkt den Roadhog in blau. Meins sind YouTube und herzlich willkommen zu diesem kleinen Opening, beziehungsweise zu diesem kleinen Trade-Up-Video. Und zwar geht es um diese ganz schönen neuen Items. Und zwar um die gepainteten neuen Karren, die es jetzt neu gibt. Hoffe ich mal, dass es die jetzt neu gibt. Gucken wir mal ganz kurz Very Rare an. Da können wir sogar direkt, glaube ich, eins schon. Ja, locker schon eins machen. Und hieraus sollen wir jetzt die neuen Sachen bekommen. Schauen wir mal, was so rauskommt. Ich glaube, ich krieg nur Müll. Ich krieg nur Müll. Ich krieg direkt den Roadhog in blau. Okay, bin ich zufrieden. Bin ich jetzt schon glücklich. Alles klar. Oder kriegt man immer einen gepainteten oder so. Jetzt drei Herzen und ein Frostbite. Musst du was geben? Painted Rocket Boost. Okay. Ich glaube, man kriegt schon immer nur Painted. Ich glaube, die werden auch nichts wert sein, die Dinger, die jetzt da rauskommen. Aber ist egal. Ob sie auch diesen Müll wegkloppen. Auch hier den ganzen Müll. Ich kann meinen Immertals jetzt so entmüllen. Ihr seht das gerade. Ich habe so viel von diesen einfach alles doppelt, dreifach. Hast du nicht gesehen? Alles, was nicht gepaintet ist, kommt alles weg. Ist mir egal, was es ist. Ist mir sowas von egal, was es ist. Das traden wir jetzt alles ab. Ja, das traden wir jetzt alles ab. Alles weg damit. Obst du, wir bekommen ein paar neue Wagen und so. Hast du nicht gesehen? Achso, Asterias oder sowas. Niemand will diese Reifen haben. Niemand. Absolut niemand. Ja. Nehmen wir noch mehr Asterias. Jetzt hat man sich besser dagelassen, damit man dann schneller, schneller wieder das Neue findet zum Up-Traden, zum Hoch-Traden. Wenn er jetzt einfach sagt, ja, hier Zetas nehme ich jetzt zum Beispiel nicht die beiden Gefärbten, aber die Ungefärbten. Auf jeden Fall. Easy going. Wozu? Wir brauchen den Scheiß ja nicht, ne? So, hier haben wir noch mehr. Nein, die Bodies sind bitte nicht. Die sind gepaintet. Die brauche ich noch. Die Brawler. Was soll's? Das ist halt alles so absoluter Müll. Die gepainteten Sachen, die behalte ich noch erstmal. Guck dann, wie viel die wert sind. Vielleicht, wenn... Die werde ich mir jetzt für einen Stream aufheben oder so. Wenn ich die dann vielleicht im Stream uptrade oder so. Mal gucken. Weiß ich aber noch nicht so genau, ob ich das wirklich machen sollte. Oder lieber nicht. Guck ich einfach mal dann. Yay. So wird das Inventar auch mal endlich entmüllt, ey. Ohne Scheiß. Das war ja so krass vermüllt. Das Inventar. Nix gepaintet. Bye. Sehr schön. CETA-Reifen. Nicht so schön. Passiert. Kollateralschaden. Aber was gut ist, wir können immer auf das Brett klicken und können dann immer wieder direkt... Cockroach. Wer ist das Ding? Cockroach. Was zur Hölle? Was ist das falsch mit dem Machern von Rocket League? Ich kann immer auf das... Ach. Wir können immer auf das Brett klicken und dann gucken, wenn man zum Beispiel in Derby, der nicht gepaintet ist. Die Derby sind alle gepaintet. Die nehme ich auf gar keinen Fall. Zweimal das ist geil, blue und zwar pink. Okay. Uncool. Disco-Kugel. Die auf gar keinen Fall. Die Deckies. Das wäre ziemlich dumm. Und ich mich wieder Katzenohren. Hurray. Donuts. Wir können ein ganzes Donut-Trade-Up machen. Yay. Das Donut-Trade-Up. Hurray. Katzenohren. Aus Donuts werden Katzenohren. Da wisst ihr Bescheid. Und noch mehr Boosts. Jawohl. So ist es auch schön. So muss es weitergehen. Die Dinger nehme ich. Das Ding nehme ich natürlich nicht. Das ist nur gepaintet. Wie gesagt, gepaintete Sachen. Nein, danke. So Sniper oder so verifizierte Sachen. Mein Gott. Alles unein. No, nicht. Der grüne Hut, der muss nicht unbedingt sein, ne? Der muss doch nicht unbedingt sein. Ähm. Ich glaube, wieder das Barett anklicken. Ihr seht, wir haben immerhin noch so viel zu tun. Ja, das ist nicht mehr normal. Ich habe nur noch eingeklicke. Hier, mir ist das nicht. Ich habe natürlich jetzt etwas anderes Barett mit drin gelassen. War natürlich nicht so schlau. Ich muss mich jetzt irgendwann darauf aufwenden, dass du das wieder rausnehmen. Striker Little Bow. Oh nein. Mein Striker Little Bow. Oh nein, oh nein. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. Hm. Was haben wir denn da? Da haben wir noch ein paar Sachen. Ich könnte komplette Straight Up mit Fruit Heads machen. Sehr schön. Das ist wichtig. Fruit Heads sind natürlich eine unserer besten Bar. Eine unserer besten Ware und so. Natürlich. Holy Set. Fogpie. Fogpie. Fogpie ist natürlich auch so viele. War dumm, dass ich das vorher so ein bisschen vertradet habe, den ganzen Stuff. Was ich so hatte. Wird ziemlich dumm. Aber naja, was soll's. Passiert mal. Passiert mal. Homburg. 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 Ein paar Hua Girls. Alles klar. Weg damit. Alter. Das. Die wird einfach so lang sein, weil ich da ständig nur die Billigsachen uptrade. Ja, weil ich hier die ganze Zeit nur... Ja, Schurikens. Oh, wie so viele Schurikens. Was zum Fick. Dieses Breakout-Ding, Breakout-Ding, Breakout-Ding habe ich gleich auch 10.000 Mal. Mindestens. Ich gehe die ganze Zeit auch uptrade. Nein, schade, die nicht. Wäre auch schön. Diese Weihnachtszeit habe ich auch mal verballert für so einen Minimalpreis. Aber die Sachen jetzt halt hier, die, die halt auch. Das war nicht so schlau, glaube ich. Yay. Wieder was bekommen, was tolles. Das sieht echt cool aus. Ein blauer, blauer Routar haben wir gekriegt. Sehr nice. Bis jetzt. Aber da kriegen wir auf jeden Fall noch was Geileres. Ich werde dann so wahrscheinlich auch hoffentlich so fleißig sein und unten die Zeit reinschreiben, wenn ich was Cooles ziehe. Ähm. Rare. Ah, ich kann einfach mal auf Uncommon schalten. Das geht natürlich auch immer, aber... Natürlich auch immer noch eine Gesuche. Weil bei Uncommon ist ja auch ganz viel gepaintet, das Uncommon bei. In den oberen Reihen sind alle nur gepaintet. Da geht's weiter mit Ungepaintet und Stuff. Accept. Recept. Jawohl. Uncommon. Na ja, war schon ganz unten. Perfekt. Ge-paintet, ge-paintet, nicht ge-paintet, nicht ge-paintet, nicht ge-paintet, nicht ge-paintet. Ein paar Visios mit rein. Zack, easy going. Weg damit. Und wieder natürlich Uncommon. Wieder nach ganz unten. Visior. Und ganz viele von diesen Venus Flight Traps. Weg damit. Aber das ist so ein Müll. Wie viel Uncommon haben wir? Sind 288 Uncommon einfach. Da kann ich jetzt auch irgendwie 500 Items uptraden oder so nennen. Weil ganz ehrlich, es ist einfach so. So. Ich habe keine coolen Uptrades, so wie die meisten das halt jetzt momentan machen können. Weil sie so viele von diesen Boosts haben, habe ich da leider nicht. Aber die kommen gleich auch noch, die ganzen Boosts. Ab, ab, ab. Uptrades. Alles klar, deutsch sprechen, schwierig sprechen. Hier ist jetzt auch schon, hier fängt das jetzt auch schon an. Ge-paintet, nun komplette Seite ge-paintet. Alles nur paint, paint, paint. Aber die können weg. Yay, Astereas. Yay. Komm, wir haben wieder ein großes, ah nein. Ein großes, in Anführungszeichen. Ray und Blitz. Und dann nehmen wir die doch nochmal. Und davon auch noch was. Katzenohren. Wer braucht schon Katzenohren? Frostbite. Wieso, die auch immer gerade jetzt in erster Stelle waren. Keine Ahnung. Aber passt so. Passt, passt, passt. Ähm, Rubber Duckies. Yay. Ganz viele Rubber Duckies. Weg damit. Filters, Uncomments. Und viele Rosen. Roses, roses, roses. Konflikt damit. Und schon mal dann. Uncomments. Wieder ganz unten gespawnt. Ist also hingekommen. Rockets. Rihorns. Raster. An der Rihons. Reicht es schon. Reicht es schon. Reicht es schon. Easy going. Uncommon. Uncommon? Noch Uncommon. Unselten. Oder, keine Ahnung. Irgendwie unselten? Ich weiß es nicht genau. Rainbow Flag. Tactical Hood. Tag. Weg damit. Das war eine schöne Rainbow Collection. Aber nö. Bringt mir auch nichts Cooles. Dass die anderen Sachen dann auch nicht gepaintet sein könnten. Das wäre auch echt cool. So. Striker. Porkpie. Ich glaube, das ist der einzige, den ich glaube, ich mal behalte. Wenn ich bald eine Porkpie Serie halt relativ weit schon bin. Wenn ich da noch einen Striker mit drauflegen kann, ist glaube ich ganz cool. Verkaufen halt hinterher so. Ich glaube, das wäre ganz cool. Guck mal, guck mal. So. Die einen durchgeklickt. Das geht doch nicht klar. Uncommon. Alles gepaintet. Da ist noch so viel angepaintet. Alles muss da weg. Alles muss da weg. Auch der Striker Hardhead. Da er jetzt gerade war. Was soll's. Übrigens, du siehst doch gerade mein Sniper Hellfire. Habe ich gegen die Skybluee. Dracos. Und. Einen. Slipstream getauscht. Wobei ich da noch was gekriegt habe. Weil das so ein bisschen Underpay war von ihm. Wobei ich da schon sagen habe ich nicht. Habe ich nichts ankommen zu mir. Ich dachte, ich hatte schon die Hoffnung, dass ich durch sei. Aber ich bin noch lange nicht durch. Durch mit den Nerven. Aber ich bin noch lange nicht durch mit den Trade-Ups. Sack, dann mindestens die Glühbirnen gehen noch mindestens einmal. Na komm, machen wir mal kurz hier wieder. Weil wir es können. Zack, gib ihm. So. Dann haben wir hier ein paar Hua Girls. Genau. Eine Ivy Cap aufs Wepper. Und dann haben wir immer noch die ganzen Glühbirnen. Na ja, das gibt es nicht. Ankommen. Die Glühbirnen hier. Zack, 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 zack. Aber ich glaube, dann haben wir echt alles, was wir, was nicht gepaintet, was nicht gepaintet, das haben wir dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, hier haben wir nur noch gepaintet und stuff done, oder? Kann das sein? Ja, bis ich glaube, ich habe nur noch gepaintet. Hat sich nicht viel verändert, auf jeden Fall. So. Okay, perfekt. Dann sind wir bei der ersten Kategorie durch. Dann gucken wir jetzt nach Rares. Und nehmen niemals diese Muschel mit. Sonst würden wir so als scrollen. Niemals nehmen wir diese Muschel mit. Die auf jeden Fall auch nicht. Ganz wichtig. So. Die Muschel muss wieder raus. Ich muss mich aufpassen, dass ich die weißen Katzen auch nicht rausmache, äh, da nicht vertrade. Wir müssen 500... Achso, ich weiß schon, warum. Ich dachte, hä, 516 Teile? Kann ja irgendwie nicht sein. Aber klar kann das sein. Weil wir ja die ganzen Kisten da drin haben. Die Kisten uptrade wäre cool, wenn das funktionieren würde. Hehe. So viel Stuff kriegen wir gar nicht mal. Also so viel Stuff ist es gar nicht mal, was wir hier kriegen. Rare. Ach, verdammt. Das geht auch, ne? Ne. Cancel. Ähm. Da haben wir noch ein bisschen davon was. Rockets Trail, jawohl. Das Video geht jetzt einfach schon zwölf Minuten lang. Das ist nur uptraden, krass. Aber ich auch mal ganz cool so zu sehen. Ob es ein bisschen länger gehen kann. So, das ist, glaube ich, der letzte Uptrade, den wir machen können. Mindestens in der im Sinne. Rares. Da ist ja noch Jugger, Dings. Ich will mal. Cancel Trade. So, Filters. Rares. War da auf jeden Fall gerade noch... Ganz oben war noch ein Jugger. Irgendwas ist bei. Hier, Jugger, das hier. Das können wir nicht uptraden, oder was? Das ist Champions Serie 1. Okay. Okay, okay. Das ist Champions Serie 1. Ich verstehe. Und hier haben wir halt auch nur 8. Das sind alles Champions Serien Sachen. Okay, ich verstehe. Doch, doch. Ich verstehe. Klar. Hier könnten wir jetzt halt nur noch die Hüte und einen von den Cetas noch uptraden. Aber ob sich das lohnt, ich glaube es nicht. Ich glaube es echt nicht. Hier haben wir jetzt ein paar neue auf jeden Fall. Und können hier noch ein paar Uptrades machen. Das ist ganz cool. Die Herzen kommen wieder alle weg. Und painted. Hooray. Schade. Ein Wagen wäre halt jetzt noch ganz cool. Und ein Titanium-Weißer Wagen wäre noch ganz cool. Carried and painted. Okay. Müssen wir gleich mal gucken, was für Farben wir da bekommen haben. Von den Teilen. Faktiert mich natürlich auch. Ganz krass. Very rare. Hier haben wir noch welche von den Dingern. Ich glaube, wir können echt nur noch ein einziges machen, ne? Ja. Wir können nur noch ein einziges Trailer machen. Wir nehmen mal dafür hier die Treyasur, weil die ist nicht so ganz so cool. Jawohl. Noch einen roten Rotog. Äh, Merk. Merk. Rotog, sag ich schon. Bin ich behindert? Noch einen roten Merk. Das ist schön. Das ist perfekt. Ich glaube, noch eins können wir nicht machen, wenn mich hier alles täuscht. Very rare. Very rare. Ne, drei Blitz haben wir noch. Cancel Trade. Okay, schade. Wir können jetzt mal gucken, was wir so Neues bekommen haben. Und zwar haben wir jetzt hier einen roten Merk. Ach, geil, ey. Sieht echt nice aus, der rote Merk. Den blauen Rotog. Sieht auch fett aus, der blaue Rotog. Und selbst den Kobalt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja. Och, das gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt haben wir bei dem Boosts auch ganz, ganz vieles Neues. Schauen wir einfach mal durch. Da ist auf jeden Fall nichts Neues. Muss ja auch dann gepaintet sein irgendwo, ne? Hier. A LOL. In Crimson. Geil, Crimson. Sacred in Crimson. Das ist natürlich fett. Das ist natürlich sehr fett. Wow. Grau, ernsthaft. Grau und Sky Blue. Und Sky Blue sieht nicht viel aus, als normales Blau. Oh Gott, das ist nicht weiß sein. Das wird viel geiler gekommen. Naja. Naja. Immerhin Crimson für diese Stars. Das ist schon mal ganz cool. Mal gucken, wie viel das wert ist. Das denke ich mal dann. Hoffen wir, die Sachen sind tradable. Tainted Sachen. Wir könnten die auch nochmal uptraiten, oder was? Was würden wir denn dann rausbekommen? Was würden wir denn dann rausbekommen, Leute? Was glaubt ihr denn dann? Wollte ich das mal machen? Wir haben schon... Wir haben zwei Crimson-Sachen dabei. Die sind, glaube ich, relativ viel wert. Mach's lieber nicht. Mach's wenn ihr dann, wenn ich so viel Boosts habe, oder sowas. Muss ich mal schauen. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Ob man die auch noch uptraden kann. Keine Ahnung. Ansonsten würde ich hier sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, damit es euch gefallen hat. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bye. Rocket League. Ciao, ciao. Ciao, ciao.